Moin liebe Tech-Nerds und willkommen back zu einem neuen Video. Ultra-Wide-Screens finden immer mehr den Weg in unsere heimischen Wohnzimmer. Deswegen unboxen wir heute den 34U1099-W von LG. Wofür die ganzen Zahlen in den Namen stehen, weiß ich nicht, bis auf die 34. Die steht für die Bildschirmdiagonale, denn das ist ein 34-Zöller. Namenstechnisch ist bei den Herstellern immer noch so ein bisschen, keine Ahnung, wieso nennt man die nicht einfach Widescreen 1, Widescreen 2, Widescreen 3, Widescreen 4? Na, ihr wisst schon, was ich meine. Alles muss simpler werden, weil 34UC99-W. Okay. In der Box gibt es natürlich nicht nur den Monitor, sondern auch ein bisschen Zubehör. Ein Handbuch auf CD für die Leute, die noch ein bisschen in der alten Zeit leben und ein CD-Laufwerk haben. Natürlich kann man sich das Ganze auch runterladen. Ihr bekommt ein Displayport-Kabel, ein HDMI-Kabel, ein USB-C zu USB-C-Kabel, auch sehr nice, ein USB-A zu USB-C-Kabel, auch cool, und ein Kabelhalter bekommt ihr auch dazu. Das ist so eine kleine Klemme für den Standfuß von dem Monitor, wo man so die Kabel hinterklemmen kann. Außerdem gibt es natürlich noch eine Bedienungsanleitung, ein externes Netzteil und dazu das passende Netzkabel. Das Ding ist nicht nur riesengroß, nein, es wiegt auch 8,4 Kilo. Also wenn ihr vorhabt, Sport anzufangen, dann könnt ihr hier den ersten Schritt machen. Einfach schön Squats damit machen, ihr wisst schon. Bei dem Monitor wurde ein IPS-Panel mit LED-Technologie verbaut, was auch immer für einen guten Betrachtungswinkel sorgt. Was bei dem 34U1099-W am interessantesten ist, ist die Auflösung. Denn man hat hier nicht die normale Widescreen-Auflösung von 2,560x1080, nein, sondern man hat hier eine Auflösung von 3440x1440 Pixeln und das sieht verdammt geil aus. Dieser Widescreen-Monitor eignet sich einfach perfekt für den Schnitt. Nicht nur, dass alles jetzt ein bisschen krasser aufgelöst ist, sondern ihr habt einfach auch einen krasseren Blick auf die Timeline, denn die ist natürlich extrem groß. Zusätzlich dazu kann man die ganzen Fenster oben geöffnet lassen und muss sich nicht viel hin und her schieben, wie man das normalerweise mit zwei kleineren Monitoren macht. Das macht extrem viel Spaß und man ist oft viel effizienter unterwegs, wenn es um Schnitt bzw. so Creative Work geht. Dieser Monitor ist natürlich auch perfekt für den Office-Alltag geeignet. Wir können viele verschiedene Fenster durch diese Windows, ich weiß nicht, wie die Funktion heißt, Windows Snap-on oder was auch immer, wenn man diese an den Rand zieht bei Windows 10, dann klacken die sich so in die richtigen Positionen. Und man kann sich zum Beispiel vier Fenster direkt nebeneinander anzeigen lassen und hat so eine perfekte Multitasking-View. Damit ist man mit Sicherheit auch sehr effizient unterwegs. Natürlich kann man mit dem Monitor auch Gaming betreiben, allerdings ist das hier beschränkt auf 60 Hertz, also auf 60 FPS. Und das macht auf jeden Fall auch Spaß. Man muss nur eine dementsprechende Grafikkarte haben, die die Auflösung von 3440x1440 ordentlich durchpowert bei 60 FPS. Aber dann sieht das Ganze extrem nice aus. Ich habe mir mal GTA 5 angeschaut und das macht extrem viel Spaß auf dem Monitor. Nicht nur, dass alles jetzt wirklich scharf aufgelöst ist, sondern einfach auch mit diesem Widescreen, wo man so ein extrem breites Sichtfeld hat, macht das extrem viel Spaß zu zocken. Das Ganze kann man genauso gut bei Battlefront sehen oder halt eben auch bei Need for Speed. Also das ist eine Sache, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, setzt euch mal irgendwie, wenn ihr einen Kollegen habt, der einen Widescreen hat, einfach mal davor, zockt mal eine Runde. Und ich glaube, ihr wollt nicht so schnell wieder weg. Der Widescreen von LG ist für ungefähr 1000 Euro online zu haben. Je nachdem, bei welchem Händler ihr schaut und vor allen Dingen auch, wann ihr schaut, mit den Preisen online schwankt das Ganze ja immer so ein bisschen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Monitor habt, schreibt die in die Kommentare. Ich mache mich an den Schnitt wie immer und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao. Okay. Bis dahin, Freunde. Vielen Dank.